Wir sind unterwegs im Land der mehr als 17.000 Inseln, Indonesien. Im Norden der Insel Sulawesi, früher Celebes. Hier hat man uns von den Raketfischern erzählt, Männer, die bis zu acht Monate ohne Landgang auf einem kleinen Bambusfloß mitten auf der Celebessee leben und arbeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018